Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Happy Wheels! Der LOL Bruder XD und ich hab mir vorgeschlagen ein Pony Special zu machen. Ich bin ein Mädchen, ich fand die Idee wundervoll. Also spielen wir heute Pony Level! Oh mein Gott, my little pony! Keine Ahnung. Wait aay! Pony One! Play! Crap the horse! Base! Forward! Up! Woooo! Oh Gott! Ja! Ist okay! Ist okay! Alles gut! Oh, ich hab die Axt mitgenommen! Oh! Ich sag's doch, so ne Axt kann man immer mal wieder gebrauchen! Oh Gott! Ah! Alles gut! Dem Pferd geht's gut! Das ist das Wichtigste! Woah! Man kann dieses Vieh auch nicht steuern! Es hat seinen eigenen Film! Oh Gott! Leute! Ah! Dieses Level ist schwieriger als es aussieht! Auch mit einem rosanen Pferd! Na komm! Los! Komm schon! Was mach ich eigentlich mit dem Pferd? Hab ich den Schweif in den Arsch? Oder irgendwas schickt mir das Pferd in den Arsch? Das ist wirklich okay! Also ganz ehrlich, das ist zu sexuell gewesen! Aber ich glaub das ist geil nach Waiting so viel, kann das sein? Keine Ahnung! Machen wir weiter mit Pony! True Story! Okay! Ich nehm den Tag Wait Typen! Der ist der geilste! Willst du mich verarschen? True Story! Willst du mich verarschen? Pony Rampage Demo! Es gibt Demo Versionen! Eines Nachts sag ich mein Bett mit meinem pinken Hut verkehrt herum und habe geträumt! Ich hab geträumt ich wäre Roman! Ich liebe my little pony! Ich träume oft, dass ich ein Pony will bin! Mit all meinen Ponys! But one day his dream was different! Eines Nachts war sein Traum anders! One day his dream war krank! Oh Gott! Oh Gott! Ja von mir heilte Pony zu träumen ist nicht krank, ne? He had a vision of a evil Nazi wizard from hell! Oh Gott! Ein böser Nazi zombie von... äh Nazi... Zauberer! He needs to stop him! Ja, ich stop him! This is a job for Bony! Okay! Hi! Is it Bony? Please don't wait! It's only a Demo! Jaaaa... Okay! Ich habe geträumt! Ich träume komische Sachen! Ich meine, ich träume wirklich komische Sachen! Aber so komische Sachen träume ich nun auch nicht! Ich bin ein normaler Mensch! Ich glaube es ist eh vorbei! Ich bin ein ganz normaler Mensch! Wir machen jetzt Pony Express! Yay! Äh... Segway-Typ! Ahhh... Hallo? Hüya! Hüya! Kannst du springen? Wait! My horse! It's my horse now! Geh weg! Hüya! Kannst du springen? Oh Gott ist das fett! Oh Gott! Warte! Ich habe dich nie fett genannt! Du bist nur... Pummel nicht! Bitte! Bitte verquetsch mich nicht! Oh Gott! Ich kriege das fett nicht mehr hoch! So! Das ist kein fett, das ist eine Kuh! Wenn eine Kuh einmal umgefallen ist, kriegt man die auch nicht mehr hoch! Hüyaaaaaa! Okay! Okay! Es hat einen blöden Blick, aber es hat auch schon vorher, bevor es auf die Schnauze gefallen ist! Das klappt schon! Und durch den brennenden Reif! Oh Gott! Nein! Ich sterbe! Das Pferd ist so fett! Ich sterbe! Es bringt mich um! Oh Gott! Du kriegst weniger Hafer! Du kriegst so viel weniger Hafer! Oh Gott! Das sieht schmerzhaft aus! Okay! Nochmal rückwärts! Und... Du! Hiyaaaaa! Oh! Ich gebe auf! Diesem Pferd kann man nichts beibringen! Scheiße! Ne, ist das Level! Exit Menu! Pony Quiz Fix 2! Ein Pony Quiz! Das können wir sehen wie... Okay! Wo ist der Main Character? Oh Gott! Das ist wahrscheinlich so ein My Little Pole! Ich habe keine Ahnung! Ah! Piggy Pie! Piggy Pie ist es nicht! Oh! Oh Gott, restart. Okay, jetzt wissen wir, wer es ist. Es ist scheinbar... Nein, nicht Pinkie Pie! Es ist scheinbar Twilight Sparkle. Ich hab keine Ahnung. Die haben doch scheiß Namen, ich glaub's nicht. Wow. Who is the fastest Pony? Rainbow oder Fluttershy? Rainbow! Ha, gut geraten. Ich bin einfach nur runtergefallen. Who is my favorite? Ich hab keine Ahnung, wer dein Favorit ist. Pinkie Pie? Beide. Ach, natürlich, klar. Äh, is there a lot of thinking in the show? Ich glaub, das ist für kleine Mädchen gemacht, oder? Also, ja. Ha, gut geraten. Äh, warte. Boys, they like be my little pony I caught... Äh, that like. Äh, brownies, das weiß ich. Das weiß ich, da kenn ich sogar einen, deswegen weiß ich das. Ha, ich bin so schlau. Aber warum, weiß ich nicht. Ah, ich hab gewonnen! Ich bin ein echter Pony-Freund. Pony-Burse-Day-Present. Oh mein Gott, krieg ich jetzt ein Pferd geschenkt? Was? Soll ich jetzt sagen, wann ich Geburtstag habe, oder was? Okay, äh, Oktober? Nein! Ich hab im Oktober! Und zwar am... Am 14. Ich hab am 14. Oktober. Ich weiß es. Ich weiß es einfach! Ich kann einfach runterspringen, wann ich will. Es passiert eh nichts Schlimmes. Äh, you eat a fancy dinner with... Was? Mit wem esse ich das? Okay. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Pony-Pogo-Jump! Okay! Also, bräuch ich den Pogo-Typen, oder wie? Klingt irgendwie logisch für mich. Wo ist denn der Pogo-Typ? Pogo? Pogo! Ha! Pogo! Hi! Warte, was ist daran Ponyhaft? Ja! Wahrscheinlich die Namen. Ich glaub, die Namen sind Ponyhaft. Hi! Ja! Huhu! Mit dem Schrei klappt alles besser. Müsst ihr mal ausprobieren. Hui! Bababidi-Bida! Komm, das schaffst du. Du bist ein wahrer Pony-Freund. Los! Haha, ich sag's doch. Das schaff ich noch, das schaff ich noch. Irgendwie nicht. Das ist so schwer. Ich hasse Pogo-Sticks. Ich hab noch nie einen gehabt. Ich wollte als Kind einen haben und hatte keinen. Seitdem hasse ich sie. Ich glaub, da häng ich den ganzen Tag noch fest. Und das Level ist eh doof. Hat gar nicht mit Pony zu tun. Ponywiler! Das hat auch mit Pony zu tun. Hoffe ich. Ah! Hier, let me help you! Help me, ja. Hilf mir! Ah, ja. Hilf mir, los! Okay, ich mach irgendwas falsch. Jetzt! Okay, warte. Warte, was muss ich... Äh, move. Space. Woo! Es gefällt mir! Oh. Es gefällt mir immer noch! Warum ist da ein Stein? Der ist doch voll unlogisch! Das ganze Level ist logisch, aber der Stein. Der ist voll unlogisch. Ich verstehe mich. Woohoo! Oh. Das Level ist so toll. Das hat einen Boost. Das ist geil! Du hast einen Pony und das Pony kann fliegen. Okay. 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 Komm, wir reiten. Okay, ich hab's gleich. Ich schaff das! Ich schaff das! Äh, er hält sich blöd fest. Sonst würde ich schaff... Oh, voll mit der Nase in den Furz rein. Ja, das Pony Furz. Das Regenbogen-Power-Furz-Antrieb. Ah, komm Pony, warum eben ging's doch! Nein, das ist die falsche Richtung, Pony! Das ist die falsche Richtung! Ich hab das Tierpatsy einfach so blöd fest. Egal, gehen wir mal ins nächste Level. Und zwar in Pony World! Oh mein Gott, Pony! Ähm... Woohoo! Was ist daran Ponyhaft? Oh mein Gott! Vielleicht müssen wir erst in Pony World rein. Down here. Ich kann das Ding gar nicht steuern, richtig! Ich glaub, ich lebe noch. Bin ich der Typ? Ich kann das Ding nicht steuern! Äh, ich blute! Und ich häng irgendwo fest. Ich glaub, am Bein der dicken... Ach, egal, in dieses Level. Ich hab da auch kein Pony gesehen, also es ist eh scheiße. Äh. Pony Armor, fix it. Play now! Woo! Das ist mein Pferd des Todes! Ich nenne es Butterfly! Oh, es kann sogar... Es kann tot sein. Also nein, ich kann so Antrieb machen. Äh, ich hab's geschafft. Ich glaub, es war sogar der erste Victim, die ich bekommen habe. Ist das beinig. Machen wir weiter mit Pony Slide! Was? Ich hab vergessen zu sliden! Muss ich sliden? Muss ich irgendwas drücken? Oder muss ich einfach so... Erster Platz! Yeah, ich bin das beste Pony im Stahl! Äh, was gibt's noch? Pony Express! Und dann machen wir noch Pony Town. Ich glaub, dann war's das für mich auch. Pony Express! Oh Gott, da ist kein Pony! Ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's! Ich schaff's nicht. Du warst mir eh nicht Pony genug. Machen wir weiter mit Pony Town und Pony O'Doom und dann ist wirklich Schluss, ey. Echt jetzt? Wow! Pony O'Doom! Was soll ich machen? Äh! Mein Sohn! Wir stecken fest! Ja, okay, mein Sohn hilft nochmal, ja. Äh, Pony Land! Und das war's dann. 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 Daddy, where are we going? To Pony Land's Sohn! Erhaltend mir so Fett wärst! Okay, ich gehe zu Pony Land. Ich möchte jetzt bitte wirklich nach Pony Land. Mir wurde Pony Land versprochen! Nein! Oh, nein, 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 oh! Bin ich in Pony Land? Ich lasse mich nicht so leicht abspeisen! Nein! Ich schaffe es! Auch ohne mein Kind, hauptsache ich... Da ist das Ziel. Ich habe das Ziel gesehen. Reicht das nicht? Vielleicht komme ich sogar noch rein. Also mein Bein. Nee, okay. Ja, dann hoffe ich, das Level hat euch gefallen, beziehungsweise die Level haben euch gefallen. Das kleine Pony-Special hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, gebt einen Daumen nach unten. Schreibt einen Kommentar und gebt mir doch Vorschläge, was ich als nächstes für ein Special machen soll. Bis dann. Ciao.